auch wir müssen ganz aktiviert schade dass wir hier noch nicht dorthin springen können wo wir hin müssen hier hat sich hier schon mal nichts das aber nicht unbedingt was bedeuten muss das müssen wir erst aufbauen so viel angenehmer ja ich habe eigentlich die figur gewechselt aber so laufen das tor aufmachen ich habe das gefühl dass hier irgendwie was ist und ich sehe ja auch nix so jetzt schon als david jones gegen kämpfen sehr geil ach ja so anzeigst du mal okay das ist jetzt automatisch kaputt gegangen oder es gibt so ein extra das habe ich doch gar das habe ich doch gar nicht also es gibt bei den lego spielen meist so ein extra das ist halt dafür da moment hier ist du nix dass man dass man sachen einfach kaputt macht warte mal ich habe doch hier ein extra gehabt das ist an extras aktiv keine ahnung was das ist es gibt so ein extra dass man halt alles kaputt machen kann so ohne probleme übrigens ist das finde ich auch diesen moment nicht kacke mit denen dass wir jetzt schon so viel geld haben ich weiß dass das das macht jetzt alles angenehmer und so und ich weiß das habe ich auch extra gemacht das hätten wir auch später machen können aber hier ist es auch nicht ich weiß auch gar nicht wo das gerade ist ich glaube hier war das man soll dass wir weiterkommen war nicht vielleicht ist da vorne noch was wird wie kann man denn da vorne rein okay ich glaube so funktioniert das nicht nee ist auch nix das gefühl wir finden das werden das hier nicht finden da okay wir kommen hier noch mal durch die tür jetzt werden wir in der sachen angezeigt das ist gut dann hoffen wir auch dass es gut funktioniert wie gesagt die pfeile zeigen die solche nach rechts aber rechts ist zum beispiel gar nix also obwohl warte mal kann man nicht vielleicht irgendwie weil hier kann man ja auch irgendwie hoch ich habe gerade so hoffen auf schokiner die flaggen die haben wir noch nicht gemacht okay habe ich vergessen könnte zeigt sondern drei punkte an wenn ich das richtig sehe jetzt sehe ich nur noch zwei wir brauchen ja noch drei so themen der schießt sich verarschen jetzt jetzt geht's okay so themen der schießt hallo dann wird dann halt mal unser martin endlich so okay und jetzt doch habe ich weniger lust viele termine ja dann sind wir schon zu zweit ja uns fehlt das schwert ich weiß nicht wo man das kriegt also kommt das geld und es ist doch im anfangsbereich das hätte mir eigentlich angezeigt werden müssen eigentlich oder ich war einfach blöd in das level recht noch mal starten noch mal gucken der trockner wird auch am montag an den ort geliefert und dann muss man noch ab ja aber dann hoffe ich mal dass jemanden ab der euch das machen kann oder oder ihren neto warte man ja auch der auto also du hast ein auto glaube ich hallo kannst du jetzt aufbauen hallo brauchst du das jetzt bitte auf ich kann das nicht aufbauen noch mal raus landsteine dann besser ja jetzt geht es ging gerade nicht scheinbar die 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 ich finde ganz sehr eigenartig wo halt der letzte dieses letzte kompassteil ist ich habe keine ahnung also ich würde wirklich sagen im anfangsbereich bestimmt ich sage euch das ist auch bestimmt so und warum wird mir denn dann nichts angezeigt oder wird das gar nicht angezeigt so ich mal was lustiges sagen da stand gerade ich brauche noch zwei von acht befindet der fisch oder passt das hinein aber ich muss meinem bruder voll fragen und dann wird das wohl erst 17 uhr ich hoffe mal dass das dann alles klappt das spiel geht mir gerade so auf den keks das war der grund warum ich das spiel nicht auf 100 prozent gespielt habe na komm so noch mal in die erste mission rein wieso fehlen mir denn jetzt plötzlich zwei dieser dinger da fehlt nur eins jetzt wird noch der fisch toll ich finde diese kompas sachen total lustig von der idee her ne aber warum warum sind das denn ich nur ein paar war muss das zu viel sein warum muss man denn in jedem level unbedingt zu viel ne wo finde ich dieses kack schwert wie nennt sich das denn kompass roter hut und charakter umgebungsobjekt multiplikator hüte hä was ist das ach so das sind nur tipps ist das ein easy guide rote hüte minikad flaschen exo da port warrior ja das sind nur die minikads toll achso fundorte der minikads fundorte der charaktere oh ja toll da sind alle minikads da sind alle rote hüte und da sind alle charaktere ja toll und wo sind jetzt die kompass dinge kompass guide auf englisch oh also was liebe ich ja hat port port royal silver sauce und use the compass to find the multidrum stick das haben wir rare red wood rare red wood jimmy legs was was das ist nicht wahr ne ich sag die ganze zeit in dem einen bereich kriegen wir nichts weil die wurst wurde mir schon vorher angezeigt als einzelne gegenstand als einzelner gegenstand der zu zusammen gemacht ach man ich weiß wo es jedenfalls ist wie klappt das bloß ein langer tag für den montag ist denn arbeit nächste woche denn wenigstens ok oder ergänzt sich das dann auch blöd so ich regt gerade spiel zu auf also richtig regt mich das spiel gerade auf so eine zeite ich arbeite ja bis 14 ach so stimmt ja dann geht das ja anscheinend noch wo geht er denn jetzt hin da oben ich bin gerade im boden fest ist da jetzt bitte hoch danke so dass wir hier nur irgendwie rauskommen hallo übrigens weiter damit der andere spieler das schneller hinkommt aber er braucht auch manchmal ein bisschen so jetzt haben wir hier nur die das fass so hallo bitte bitte lauf lauf blöde frage warum heißt das minikit buddeln finder warum heißt es wegen buddeln oder was okay also die sachen von jack die werden halt nicht gefunden so und hier sind die letzten sachen das ist nicht wahr hallo und damit hätten wir es jetzt fertig so noch zwei und dann reicht das freute glaube ich so ihr habt keine lust das anzuschauen ach es gibt nur 85 ok ich dachte es gibt noch mehr von den goldensten ja kein wunder dass dass man so viele braucht um da vorne weiter zu kommen und ist das wirklich hier nur noch 100 prozent hier so dann können wir jetzt endlich das machen ne ich mache jetzt nur noch die zwei letzte mission versuche ich auf 100 prozent zu bringen besonders die ist ja nicht so schwer weil wir theoretisch alle minikits haben also entschuldigung wir haben ja müssen nur noch die minikits sammeln und ja dann können wir dich nächstes mal schauen ich bin auch gerade echt am überlegen wegen den lego streams ne ich habe ja gesagt wir machen die nächste woche ich bin aber wie kommt man da oben hoch ich kriege gerade so hunger auf irgendwie so pommes spezial ich glaube ne ich habe ja den reis ich wollte gerade sagen boah ich glaube ich könnte mir das ja heute einfach machen aber ich habe den muss den reis essen achso ich glaube das öffnet sich später hier ne ich mache das gleich so ich fühle gleich meine unterlagen aus also wir machen gleich gucken uns das video an von sam dann machen wir noch zeit zu zeigen das würde ich heute sehr gerne fertig kriegen ja ähm weiß ich wie lange kannst du heute oder wie lange könnt ihr ich weiß ja nicht wer noch zu guckt ähm ne wir gucken uns das video an machen zeug zum zeigen und danach äh was machen wir danach ja danach mache ich dann aus dann mache ich die unterlagen fülle ich dann aus die ich ausfüllen muss und dann zocke ich glaube ich nur noch den ganzen abend hier das star wars spiel dann gehe ich morgen einkaufen ruft dann der bei dieser einen stelle an und dienstag gehe ich dann zum arzt wie gesagt ich bin am überlegen ob ich mir dienstag auf rein nehme ich weiß es aber noch nicht bis 19 uhr 19 uhr ja 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 wird knapp ach guck mal vielleicht kommt ja noch fluffy später dazu oder so ja selbst wenn dann ist das so so hallo drehst du dich nicht achso vielleicht können wir das gar nicht noch nicht so mhm gehen wir mal gleich hin wir müssen hier gleich irgendwie kuchen mit den ganzen sachen warte mal kann ich das von hier aus abschießen so bisschen länger kann ich auch noch ja nein ich meine nur äh wie ich letztens meinte nicht dass ich jetzt hier äh hallo hä die hab ich doch gar nicht gewählt ich hab die gewählt achso dachte jetzt bedeutet das was anderes und 20 minuten oder länger auch ja wir kriegen das schon hin wir kriegen das schon alles hin und wie gesagt selbst wenn wär auch nicht schlimm ja also musst du da auch keine gedanken machen ich bin auch gerade im überlegen wie man das hier heute alles am besten macht besonders wegen äh wenn ich noch zeug zum zeigen machen möchte und wenn wir noch das video gucken ich bin auch im überlegen ob wir die ob ich die reaction dann auf youtube hochlade aber ich weiß es noch nicht sollte der stunt grad okay nein so 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 und war ja eigentlich auch gar nicht so der plan das ist finde ich auch irgendwie lustig wollte heute eigentlich heute war eigentlich angedacht dass ich aufräumen aber das hat sich ja dann auch irgendwie nicht so ergeben wie ich wollte äh moment ah stimmt ich weiß wieder wie das geht okay von sonntag nehme ich mir auch mehr zeit das ist halt freier als in der woche freier als in der woche ja alles gut so 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 nein hey also wird mir echt helfen wenn ich hier lange damit darf danke so sehr schön ich glaube sonst ist hier nix guck mal da ist sogar fluffy ja ganz ganz okay habt ihr keinen bock auf die woche jetzt oder ich habe vorhin gesagt dass vielleicht du ja noch kommst falls das irgendwie heute ein bisschen alles wäre ist so ich glaube es besonders an ja ich habe die woche so viel zu tun das ist das problem ich habe noch das mit dem arzt zu klären und ich habe so kann man das jetzt hier machen so tatsache das ist ein cooles detail das ist einfach mit dem mit den arzt ist das jetzt die woche und mit denen ich muss noch was anderes woanders anrufen und ich weiß nicht als die woche ist halt echt kacke war man das testen und dann sind wir mal zusammen oh schön edel edel oh das war dumm ich hätte einen anderen drehen müssen und zwar eine vier was gab es denn schönes ich glaube das letzte mal so richtig essen gegangen bin ich vor ja das war in so einem asia restaurant war aber auch ganz nett ich glaube der ging es nicht gut und die hat dann gesagt die möchte sich ablenken und ob ich dann bock hätte mit ihr dahin zu gehen ja und war nett aber ich bin nicht so gerne in so ein asia restaurant ich gehe eigentlich überhaupt nicht gerne in restaurant war nicht also jetzt explodiert so der restaurant mensch david johns kann auch durch ja lecker essen gehen und das ist schön wir haben schön chinesen essen mit gemüse um feinsten vom feinsten ich wollte früher mal mit neues soll das hat sich irgendwie dann doch näher geben wollten immer uns so ein so ein abend machen da wollten wir dann im gott alle gotzilla-filme gucken also so die neueren und dann wollten wir da kann ich da jetzt schon hoch ist das so eine extra insel ja das ist so eine extra insel ne oh interessant und da wollten wir uns alle ich sehe nichts aber okay da wollten wir uns alle gottilla-filme angucken und dann beim chinesen bestellen besonders für er ich habe früher total gerne bei einem bestellt aber also besser gesagt haben wir dann öfters mal bestellt was ja und seitdem war ich da leider nicht mehr oder habe ich nichts mehr bestellt so und hier ist warte mal wir haben alle chats für jack weil hier sind auch noch so viele sachen die rumliegen hier sind das so dinger die man abschreien muss ja sehr schön okay cool burger wäre mal wieder geil habe ich auch schon die tage so überlegt ich glaube das mache ich auch die tage mal wieder ich hatte letztens ja so veggie crispy chicken burger also war nicht direkt chicken das war halt so vegetarisch aber mega lecker so dann hatten wir hier auch alles da können wir nochmal zurück so da schmeckte halt extrem nach schicken sonst war es schon geil das ist immer so ein balance 8 ja so zack warum ist der eigentlich so stark also ich weiß gar nicht ob im film überhaupt irgendwas dafür spricht würde dass der so eine stärke zeigt ja da kann ich lange und viel essen ich irgendwie nicht ich weiß auch nicht wieso muss sagen ich kann im prinzip kann ich auch viel essen aber aber nur auf das dauert bei mir also ich kann nicht so ein stück viel essen deswegen bei so einem all you can eat ich sag mal so in und woanders kann ich auch nicht so viel essen also wenn ich so für mich esse und es ist halt mega lecker dann kann ich so zuschlagen aber irgendwie ist ja auch lecker ein chicken burger was ich ja total gern mache ist so burger halt burger brötchen darauf dann so salatmayonnaise ein bisschen süßsauersauce und dann kommt da drauf ähm äh chicken nuggets oder sowas ähm also ich muss irgendwie da vorne hoch wie kommt man da hoch also ich muss irgendwo ja so ein ding sein dass man da hoch klettern kann warte mal ist vielleicht irgendwie was versteckt irgendwo ich habe das jetzt nur gemacht damit ähm es getötet wird aber scheint nix ausgewählt zu haben kokosnüsse ist auf der anderen seite glaube ich ne ja das ist auch ne das ist hier ich glaube die müssen wir sogar machen ja super weil ich schon fast satt oh nein das hat verbrenne ich alles sehr gut und zuhause kann ich nur essen ach guck mal hier ist so eine klappe ah ok dann hätten wir alles da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen so damit hätten wir hiermit das letzte und zurück zum hafen sehr sehr schön so alle mini kids die animation die gönnen wir uns und jetzt machen wir nur noch die letzte mission und dann sind wir durch nicht also wenigstens mit dem ersten und dafür noch die letzten äh drei dinger und ja mal gucken zwei alle zwei die sich mit wenn not nicht Untertitelung des ZDF, 2020